Sind Sie neugierig auf Ihre genetische Veranlagung zur Fettleibigkeit? MiaMedica bietet einen DNA-Test für Fettleibigkeit an, der Ihnen helfen kann, Ihre genetische Veranlagung zur Fettleibigkeit herauszufinden. Obwohl Fettleibigkeit eine komplexe Erkrankung ist, die von Lebensstilfaktoren beeinflusst wird, spielt die Genetik ebenfalls eine wichtige Rolle. Obwohl der Zusammenhang nicht immer offensichtlich ist, wurden genetische Variationen in verschiedenen Genen mit einem höheren Risiko für Fettleibigkeit in Verbindung gebracht. Aber wie können Gene das Risiko für Fettleibigkeit beeinflussen? Der menschliche Körper verfügt über Mechanismen zur Regulation des Appetits, die dem Gehirn mitteilen, dass es nicht notwendig ist, mehr zu essen und ein Gefühl der Sättigung erzeugen. Dieser Bericht analysiert Gene, die an diesen Mechanismen beteiligt sind und die, wenn sie mutiert sind, dazu führen können, dass eine Person mehr isst oder im Gegenteil schneller ein Gefühl der Sättigung hat. Dieser Bericht enthält auch Gene, die die Geschwindigkeit beeinflussen, mit der Fett abgebaut und Kalorien verbrannt werden. Und sogar Gene, die anzeigen, ob sie von schützenden Effekten gegen Fettleibigkeit profitieren können, wenn sie eine mediterrane Ernährung zu sich nehmen. Kurz gesagt, die Gene, die mit einem höheren Risiko für Fettleibigkeit in Verbindung gebracht wurden, beeinflussen vier Dinge. Regulierung des Appetits, Kalorienaufnahme, Bildung von Fettzellen, Speicherung von Fett in Fettzellen. Diese Informationen können dazu beitragen, eine Lebensstil-, Ernährungs- und Bewegungsauswahl für ein besseres Gewichtsmanagement zu definieren.